Seit über 60 Jahren entwickelt die Lüscher Technologies AG Systeme und Maschinen für die Vorstufe der Druckindustrie. Mit über 2400 Computer-to-Plate-Systemen in der Offset-Industrie ist Lüscher einer der führenden Anbieter weltweit. Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind der Garant für Innovation und Qualität made in Switzerland. Die eigene Forschung und Entwicklungsabteilung der Lüscher Technologies AG sorgt für ihre Innovation und technischen Vorsprung in der Druckvorstufe. Mit der Expose Flexline bringt Lüscher ein weiteres Spitzenklasse-System zur Herstellung von Full-HD-Flexodruckplatten auf den Markt. Die Herstellung von Flexodruckplatten in High-End-Qualität war noch nie so einfach. Ob 0,76 oder gar 6,35 mm Plattenmaterial, alle Formate und Plattenstärken werden ohne irgendwelche Einschränkungen einfach und in höchster Geschwindigkeit bebildert. Die Platte wird einfach eingelegt und der Prozess per Knopfdruck gestartet. Kein Einspannen oder Abkleben der Platten ist nötig. Ob Sie kleine, große, dicke oder dünne Platten verwenden, die Balanzierung ist problemlos und die Bebilderungsgeschwindigkeit bleibt konstant. Die fasergekoppelten Laserdioden haben eine extrem hohe Lebensdauer von über 20.000 Belichtungsstunden und können auf einfachste Art und Weise einzeln ausgetauscht werden. Ein Ersetzen des Belichtungskopfes ist nicht mehr nötig. Die Laser werden permanent überwacht und vollautomatisch ohne Eingreifen des Operators kalibriert. Einfacher und kosteneffizienter ist kaum möglich. Alle Lüscher Flexline sind standardmäßig mit der Dual-Resolution-Optik ausgestattet und erlauben das Belichten mit 2540 oder 5080 dpi. Der Wechsel erfolgt durch einen einfachen Knopfdruck. Die nach der Plattenbebilderung notwendigen Schritte wie Nachbelichtung, Auswaschen, Härten und Trocknen bleiben, wie Sie es gewohnt sind. Die 5080 dpi-Auflösung bietet 40% mehr Pixel als 4000 dpi und bringt Ihnen noch brillantere Ergebnisse im hochqualitativen Flexodruck und dies ohne Geschwindigkeitsreduktion im hochauflösenden Bereich. Die Vorteile der Expose Flexline 330L. Einfachstes Plattenhandling. Plattenmaterial ist stationär. Keine Spannschienen oder Abkleben nötig. Absolut formatunabhängig. Duale Auflösung von 2540 und 5080 dpi-Standard. Full HD mit 5080 dpi bringt 40% mehr Pixel. Keine Geschwindigkeitsreduktion mit Full HD-Auflösung. Geringste Wartungskosten.